Was geht ab, mein Lieben Freunde? Mein Name ist JSX und heute zeige ich euch meinen Lieblingsdöner in Schöneberg. Ein Döner bitte. Welcher Beruf? Kreuter Knoblauchschaf. Automatische Schneidermaschine. Dankeschön, Bruder. Freunde, der erste Biss. Der vierte Biss. Dieser Laden bietet einen Döner auf einem sehr hohen Level. Tätlich frisch, Salat ist knackig. Die Leute sind super nett. Ich gehe da sehr gerne essen. Den Dönerladen findet ihr direkt am Oberhof Yorkstraße. Das ist meiner Meinung nach immer noch der beste Dönerlad in Berlin, Schöneberg. Döner 6 Euro. Wasser dazu habe ich 2 Euro bezahlt. Insgesamt 8 Euro. Das ist ein runder, ordentlicher Preis. Probiert den einfach mal selber aus. Kommt her. Super, super lecker. Ich verbirge mich für den Döner auf jeden Fall. Wenn ihr herkommt, der nicht schmeckt, schickt mir eine Nachricht und ich ersetze euch den Döner. Mein Tipp an euch, bestellt euch den Döner mit allen drei Soßen. Aber wenn ihr das scharfe nicht ausstehen könnt, dann lasst das bitte aus. Weil die Schärfe hier ist wirklich, wirklich scharf. Die ganzen Videos sind voller Länge. Jetzt auf meinem YouTube-Kanal.